Deutsch lernen durch Hören Vielleicht haben ihre Eltern auch nur gesagt, dass sie studieren soll Es gab keine andere Möglichkeit für sie Sie hat nicht gewusst, was sie studieren will Ihre beste Freundin wollte Chemie studieren Deswegen hat Emma auch damit angefangen Nach einem Jahr hat sie ihr Studium aber gewechselt, weil ihr Chemie nicht Spaß gemacht hat Sie wollte Bauingenieurin werden In den letzten vier Jahren hat sie versucht, ihren Bachelor zu machen Aber das hat gar nicht funktioniert Sie hat im Semester nur zwei oder drei Prüfungen gemacht Die Hälfte von dem, was sie machen sollte Und viele der Prüfungen hat sie nicht geschafft Das hat sie sehr traurig gemacht und sie hat sich dumm gefühlt Aber jetzt hat Emma verstanden, dass sie nicht dumm ist Sie ist intelligent Die Universität ist aber ein schlechtes System für sie Deshalb hat sie beschlossen, ihr Studium abzubrechen Sie hat schon einen Job, in dem sie 25 Stunden arbeiten wird Sie verdient 1000 Euro Das reicht dafür, um zu überleben Nicht mehr, nicht weniger In der restlichen Zeit wird sie herausfinden, was sie wirklich machen will Und sie wird reisen Am Ende des Semesters zahlt sie nicht ihre Studiengebühren für das nächste Dann bekommt sie eine E-Mail Sie wurden exmatrikuliert Emma ist glücklich, als sie diese Worte liest Sie weiß noch nicht, was sie jetzt machen wird Aber sie weiß, dass sie glücklicher sein wird als beim Studieren Deutsch lernen durch Hören So свое weiß, was sie mit der Geburt Und so Meu Schwerden Und so courtier nur zubernieren Und so食べ pot Brent dull das Festival Und so weiter Sie dahin auf Zeit